Die Nutzung eines Headsets hat Ihr Leben schon viel einfacher gemacht. Aber wie wäre es, wenn Sie mit Ihrer Stimme auch E-Mails versenden, Textnachrichten anhören oder den Wetterbericht abrufen könnten? Der Sprach- und Textdienst Plantronics Vocalist macht jetzt genau das möglich. Plantronics Vocalist können Sie ganz einfach nutzen. Sie müssen nur eine Taste an Ihrem Headset drücken, um mit dem Service verbunden zu werden. Steuern Sie bequem per Sprachbefehl, lassen Sie sich E-Mails oder Textnachrichten vorlesen oder nutzen Sie Ihre Stimme, um E-Mails zu versenden, Nachrichten auf Twitter zu posten oder einen Blog-Eintrag zu aktualisieren. Bleiben Sie auf dem Laufenden und erfahren Sie, wer gestern das Endspiel gewonnen hat. Ein weiteres Tor sicher für Sie. Vocalist kann noch mehr. Spezielle Blackberry- und Android-Apps lesen Ihnen Textnachrichten vor oder beantworten diese automatisch, wenn Sie gerade nicht verfügbar sind. Sie erhalten Plantronics Vocalist beim Kauf ausgewählter Headsets ein Jahr kostenlos. Und mit einem Upgrade auf Plantronics Vocalist Pro stehen Ihnen noch mehr Funktionen zur Verfügung. Plantronics Vocalist E-Mails E-Mails Vielen Dank.